Musik Unsere Kindertagesstätte Mielinka gibt es seit mehr als 50 Jahren. Von Anfang an wurde der zweisprachigen Bildung und Erziehung ein hoher Stellenwert eingeräumt. Vor genau zehn Jahren begannen wir in unserer Einrichtung für das Vitae-Modellprojekt Eltern zu werben. Für die geistige Entwicklung unserer Kinder ist der Erwerb der Zweitsprache ein großer Vorteil, da das abstrakte und begriffliche Denken bereits im Kleinkindalter herausgebildet wird. Der zweisprachige Ortrone liegt in der Mittellausitz, im Kirchspiel, Schleife, einer einzigartigen Trachten- und Folkloreregion. Musik Einen besonders schönen und in der gesamten Lausitz einzigartigen Brauch erleben unsere Kinder in der Vorweihnachtszeit. Den Besuch des Wozze-Dzietzietko. Musik Unsere Einrichtung hat ein großzügiges Außengelände mit großen Linden, welche ausreichend Schatten spenden und im Winter ist der kleine Hang am angrenzenden Sportplatz der perfekte Rodelberg. Die Ortsrandlage und die angrenzenden Wälder und Wiesen sind für Naturbegegnungen und als Spielplatz sehr gut geeignet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020